Wir drehen uns auf die Seite und heben beide Beine nach oben. Dabei versuchen wir die Beine gestreckt zu lassen und die obere Hand geht nach hinten. Wir legen das obere Bein nach vorne ab und heben nur das untere Bein. Wir versuchen auch den Oberschenkel abzuheben. Wir wechseln das Bein. Wir heben das obere Bein Richtung Decke. Die Fußspitze ist angezogen. Wir wechseln das Bein. Wir wechseln das Bein. Wir wechseln das Bein. Wir gehen in den Unterarmstütz, ziehen die Beine zum Körper ran und den Arm zu den Beinen. Und entweder winkeln wir die Beine an und halten oben oder wir heben beide Knie ab und gehen in den kompletten Unterarmstütz. Die Hand bleibt dabei Richtung Deckel gestreckt. Die Hand款 ist auf der dicho considers š elementos der Pedierk ». Wir gehen auf demONG hell- und Vorstehergez die Beinern specialen Zeitung. Die Wand mit der Beinung in der Herreredkiste ist die Zeitung abstigt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir legen den Oberkörper ab und heben und senken die Beine. Vielen Dank. Wir legen eine Hantel in die Kniekehle und heben die Ferse Richtung Decke. Dabei machen wir kurze, kleine Bewegungen. Vielen Dank. Wir kommen noch mal in den Vierfüßlerstand, strecken die Arme nach vorne lang und ziehen sie zum Knie wieder ran. Immer entgegengesetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.